Bei uns ist jetzt der Bernhard auf der Couch zu Gast. Bernhard, grüß dich. Habe dir es, servus. Wir suchen jetzt eine Traumfrau, oder? Ja, mei, da kann ich nicht nachsagen. Schlecht war es nicht, oder? Eben, da hätte ich auch mal ne. Magst du dich da mal ein bisschen vorstellen, ein wenig beschreiben, wie du so bist? Ja, ganz einfach. Ich heiße Bernhard. Ich bin von Diesenbach, die ist da bei Ringstauf. Und, mei, beruflich bin ich jetzt Rentner seit einem Dreivierteljahr. Und, mei, jetzt schauen wir halt mal. Wie soll es denn sein, eine Traumfrau? Ja, ich würde schon sagen, echt bayerisch, nicht angeschmiert. Normal halt, ne? Nicht angeschmiert, meinst du nicht geschminkt? Mit nicht angeschmiert, nicht geschminkt, oder? Genau so ist es. Also eine natürliche, eine zünftige, oder? Genau, also kein Mal kassen, nicht. Was würdest du mit dir so unternehmen oder anfangen? Ja, es geht ja schon gut. Es geht ja schon gut los, würde ich sagen. Ja, mei, da kann man nie genug kriegen von dem. Von dem kann man nie genug kriegen, nein. Und wer sonst noch alles an Bernhard kennenlernen will, der schreibt uns doch bitte eine Nachricht. Und dann meldet er sie bestimmt zurück. Und dann meldet er sie bestimmt zurück.